Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Na, der Bertl? Das muss ein Irrtum sein. Ich hab keine Polizei gerufen. Wir haben es selber eingeladen. Na ja, dann macht es euch bequem. Nicht schon wieder laufen! Ja, bleibst du! Hey, hey, Herr Spechter. War nur Spaß. So, jetzt sagst du uns einmal, wo eure Waffe ist. Das ist nicht meine. Warum bist du am Weglaufen? Ich bin kein Imerlauf, man um die Mittagszeit. Das wäre tragisch, nicht? Auf ein Ort. Aber... Wenigstens brauchen Sie den Mörder nicht mehr langsuchen. Was meinen Sie? Na ja, die Dame. Hat einen kleinen exotischen Guster gehabt. Ein Neger hat sie gehalten. Sie sind also der Ansicht, dass dieser Herr die Frau Sattleder umgebracht hat? Sind wir das richtig? Ja, wer denn sonst? Äh, okay. Wie hieß der Mann? Was war sie? Gut, Entschuldigung. Ich fass mal zusammen. Sie wissen eigentlich gar nichts und reden nur dummes Zeug. Was ist mit dem? Ich mag ihn. Also, wenn wir noch Fragen haben, wo finden wir sie denn? Meistens... Nein, weil du bist ja nicht, Bernhard. Oh, das ist tragisch. Aber sie sind wahrscheinlich auch die Neger schuld. Schönen Tag noch. Na, du nix fahrscheinzweig, gell? Ich hab eine Jahreskarte. Du hast eine Jahreskarte, hm? Das ist wahrscheinlich vom Sozialamt geschenkt, hm? Für sowas soll ich mir steuern, Herrst. Entschuldigung, für dieses Stören ein bisserl weniger laut und ein bisserl weniger blöd sind zu reden. Danke. Was mischt ich jetzt da ein? Was ist der Problem? Ich nicht, aber vielleicht kommt ja, ihr Menschenhass daher, dass sie sich selber nicht mögen. Dann müsst ihr streiten. Erst, ich rede mit dir. Du siehst, schau nicht so deppert. Steh auf, wenn du dein Mann bist, dann drohen wir das so aus. Da, Herr Rinder. Dann steh ein Gas mit mir, wenn du dich traust. Nach innen. Bleib stehen! Sie müssen das nicht tun. Machen Sie die Tür zu und fahren Sie weiter. Ja.